Hart, feucht und glitschig. Sie kommen plötzlich und unerwartet. Und die meisten von euch meiden und hassen sie sogar. Genau, nasse Wurzeln. Wunderschönen guten Tag, Freunde. Mein Name ist Naki Dai und ich heiße euch herzlichst willkommen zu einem neuen Fahrtechnik-Video hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Kurze Anmerkung vorab, wie ihr an meinem bescheuerten Outfit gerade auf meinem Kopf sehen könnt. Es ist extrem kalt heute. Das heißt, perfekte Konditionen für dieses Video. Es gibt sie nicht nur in der Off-Season, sondern auch an regnerischen Sommertagen. Und weil die Wälder dicht sind, dann sogar noch ein paar Tage danach. Wurzeln. Noch schlimmer. Nasse Wurzeln. Aber warum hassen manche von euch sie so sehr? Heute werde ich euch ein paar Tipps und Tricks verraten, mit denen ihr hoffentlich viel anfangen könnt und eure Ängste gegen diesen krassen Endgegner besiegen könnt. Lasst uns mal anfangen, wie meiner Meinung nach das Bike-Setup sein sollte, um einen Wurzelteppich zu bezwingen. Vorab muss ich noch sagen, es ist ein sehr großer Unterschied, wenn man mit einem Fully oder mit einem Hardtail fährt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir alle Fully fahren. Die Einstellung bei eurem Bike sollte meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, wie folgt aussehen. Achtet darauf, dass ihr ein etwas weicheres Fahrwerk fahrt. Wenn ihr eure Federgabel schon zu weich findet und sie immer einen Durchschlag hat, dann könntet ihr noch ein oder zwei Volume Spacer mit einbauen, damit eure Gabel trotzdem weich gefahren werden kann, aber dank der Volume Spacer oben hin etwas progressiver arbeitet. Ein cooles Video dazu findet ihr hier oben in der Ecke. Das habe ich euch verlinkt von den GMBN-Jungs auf Deutsch. Das könnt ihr euch mal gerne reinziehen. Die haben Volume Spacer sehr gut erklärt. Vielen lieben Dank dafür. Bei Luftdämpfern könnte man auch Spacer einsetzen, aber meistens sind die schon komplett verbaut. Es sei denn, ihr seid ein Leichtgewicht und wurdet gut beraten. Dann braucht ihr so weit was nicht. Im Gegensatz zum Keul-Dämpfer, den man leider nicht so leicht einstellen kann. Im schlimmsten Fall, im schlimmsten Fall, muss die Feder geändert werden. Wenn ihr jedoch beim Kauf gut beraten worden seid, dann werdet ihr jedoch die richtige Stärke an Feder in eurem Rad verbaut bekommen haben. Bei einem etwas zu hart eingestellten Fahrwerk kann es dazu kommen, dass die Wurzelschläge zu hart sind für die Arme und die Beine. Somit kann man das Geruppe nicht so gut abfedern und man kommt schnell außer Kontrolle. Wenn man ein weicheres Fahrwerk fährt, dann kann man die Wurzeln gut wegdrücken und man hat einen sehr großen Spielraum, dass das Fahrrad nicht direkt abhebt, wenn man ein bisschen außer Kontrolle gerät. Aber wir sind hier nicht beim Einstellungsvideo für ein Fahrwerk, sondern wie wir Wurzeln fahren. Wenn ihr Bock habt zu sehen, wie ich mein Fahrwerk persönlich einstelle, dann schreibt es doch auch gerne in die Kommentare. Dann gibt es noch ein Video dazu. Weiter geht es mit den Reifen. Sollte man den richtigen Reifen haben. So Freunde, gibt es den richtigen Reifen? Ich würde sagen, jein. Also, ich fahre im Winter oder generell im Wald am liebsten einen sehr offenstolligen Reifen. So wie den Magic Mary jetzt gerade zum Beispiel. Den gibt es natürlich auch von Maxis. Der heißt Shorty. Den werde ich euch mal ganz kurz hier einblenden. Im Sommer jedoch wird ein Assegall gefahren. In der Mischung Supersoft. Der uns im Winter aber tatsächlich überhaupt gar nichts bringt, da das Gummi ultra hart wird und eigentlich genau den gleichen Effekt hat wie ein Exo oder ein Exo Plus oder sonst irgendwas. Ja, deshalb fahre ich heute den Magic Mary beziehungsweise in dem Fall einen grobstölligen Reifen. Also meiner Meinung nach muss man nicht den heftigsten Matschreifen fahren, aber bitte nicht einen Skateparkreifen. Der wird auf dem Wurzelgruppe nicht funktionieren. Das verspreche ich euch. Ist auch arg glatt, ne? Oh nein, 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 geh weg, geh weg! Nun kommen wir zum Reifendruck. Nach meiner Meinung ist es das Wichtigste beim Wurzelnfahren. Warum der Reifendruck jetzt eine richtig große Rolle spielt beim Wurzelnfahren. Und zwar, wenn man viel Reifendruck drauf hat, dann passiert genau das. Man hat nicht genug Auflagefläche für den Reifen und rutscht damit schneller weg. Hat man mehr Aufliegefläche vom Reifen, rutscht man halt nicht weg. Deshalb lässt man etwas Luft raus. Ich fahre 1,5 Bar zurück. Aber nur im Wald. Oder auf Downhill vielleicht 1,7. Zumindest in den Wäldern, wo wir fahren, fährt man halt nicht ganz so schnell. Deshalb braucht man keine 1,7 Bar, sondern 1,5. Reichen da vollkommen aus. Man muss sich das so vorstellen. Ein stark aufgeblasener Reifen hat wenig Abrollfläche und kann nur wenig Fläche von der rutschigen Wurzel berühren. Das heißt, ist der Reifen stark aufgepumpt, kann der Reifen nur einen ganz kleinen Teil der Wurzel berühren und hat somit viel zu wenig Auflagefläche, um sauber drüber zu kommen. Wenn der Reifen wenig Luftdruck hat, dann kann er mehr von der Wurzel berühren und hat somit eine viel größere Auflagefläche, um über die Wurzel zu kommen. Somit könnt ihr nicht so schnell wegrutschen. Okay, wenn das Fahrrad jetzt richtig eingestellt ist, können wir weitermachen mit der Körperhaltung. Versucht so viel wie möglich mit eurem Körper zu arbeiten. Vergesst niemals, dass der Körper eine erweiterte Federung zu eurem Fahrrad ist. Die Arme müssen leicht angewinkelt sein. Bitte nicht zu stark nach außen, denn sonst können die Schultern nicht mitarbeiten und wenn man die viel zu weit außen hat, dann könnte es im schlimmsten Fall passieren, dass bei einem zu harten Schlag sich die Schultern auskugelt. Lasst die Hände an eurem Lenker. Bitte greift den Lenker nicht zu stark, sonst verkrampfen sich irgendwann eure Hände. Greift so stark an den Lenker, wie ihr eine Eiswaffel halten würdet. Sie fällt nicht aus der Hand, weil sie kraftvoll gehalten wird, aber auch nicht so stark, dass sie zerbrechen könnte. Und lasst die Beine mit dem Flow wippen, denn sie sollten auch leicht auseinander sein. Bitte setzt euch nicht auf das Fahrrad wie ein Affe auf den Schleifstein. Setzt euch lieber entspannt, leicht angewinkelt, Beine leicht angewinkelt und leicht auseinander aufs Rad. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Nachdem wir jetzt wissen, wie das Bike abgestimmt sein sollte und sich der Körper im Bestfall meiner Meinung nach verhalten sollte, kommen wir nun zum, wie fahre ich über eine Wurzel, wenn es nass ist. So ihr Lieben, und damit ihr verstehen könnt, was ich damit meine, mit Fahrt die Wurzel immer gerade an, habe ich mir jetzt einfach mal so ein Stöckskin hier geholt. Dann kann ich euch an jeder beliebigen Stelle zeigen, wie ich das meine. Wir denken uns jetzt einfach mal, dass das hier die Wurzel ist. Okay, let's go. Nein, das ist mein Stock, war ich. Nun gehen wir einfach mal davon aus, hier geht es bergab, die Wurzel ist schwer. Wir fahren so an. Zweites Szenario. Ist die Wurzel so quer, bergab, versuchen wir, möglichst so anzufahren. Nicht so. Das rutscht. So. Ihr müsst verstehen, das ist ein bisschen eigenartig, eine Wurzel ein bisschen quer anzufahren, aber besser bei der Wurzel nicht ausrutschen und langsamer fahren, um die bessere Linie zu bekommen, anstatt über die Wurzel zu rutschen und zu stürzen. Nächstes Szenario. Die Wurzel liegt quer in einem Hang. Wir fahren in einem Hang, ja meist leicht zur Wand geneigt. Wenn wir aber jetzt über diese Wurzel fahren und weiterhin in Richtung Wand geneigt sind, passiert das. Wir rutschen aus. So. Wir fahren weiter diesen Hang. Nochmal. Sind geneigt zur Wand, sehen die Wurzel, gehen leicht rüber. Zack. Nichts passiert, nichts ausgerutscht. Natürlich zur anderen Seite genau das Gleiche. Viertes Szenario. Die Wurzel liegt quer in Richtung Gefälle. Was machen wir jetzt? Wir sehen die Wurzel natürlich von Weitem, fokussieren sie an und fahren etwas weiter runter im Hang und ziehen hoch, um gerade über die Wurzel zu kommen. Zumindest so gerade wie möglich. Fahren wir schräg am Hang, ist das. Wir fahren und rutschen so nach unten weg. Zur anderen Seite natürlich genau das Gleiche. So. Was machen wir, wenn die Wurzel so quer von unten nach oben rechts liegt. Also sozusagen in unsere Richtung nach oben. Dann haben wir mega Glück, weil wir fahren mit im Hang. Lassen uns einmal runter kullern und weiter geht's. Und da wo das Vorderrad hingeht, geht das Hinterrad auch hin. Also. Wenn es nicht allzu weit wegrutschen kann, dann werdet ihr, dann wird das Hinterrad euch immer folgen. That's it. That's all. Weiter geht's. Hand aufs Herz. Wegrutschen kann man immer. Aber man kann es auch bestmöglichst verhindern, indem man die Wurzeln nicht schräg anfährt. Fahrt über dicke Wurzeln am besten immer gerade. Sobald die Wurzel quer sein sollte, sucht euch eine Rud oder eine Stelle bei der ihr gegenwirken könnt. Eventuell wie in diesem Fall einen Baum. Ruds. Was sind denn diese sogenannten Ruds? Es ist so etwas wie eine kleine Mulde, in der man sich sozusagen gegendrücken kann. Hier haben wir ein perfektes Beispiel. Und zwar diese Wurzel hier, wie ihr sehen könnt, aalglatt. Harry, zeig mal wie glatt die ist. Sehr gut. Man rutscht an dieser Wurzel definitiv nach unten weg. Aber da hier ein Baum ist, könnte man mit dem Vorderrad hiergegen kommen und somit einen Gegendruck erzeugen, um nicht weiter zu rutschen. Unangenehmes Gefühl, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist es vollkommen in Ordnung. Top. Wenn ihr solche Stellen findet, ist es tatsächlich überhaupt gar nicht schlimm, wenn ihr rutscht. Denn ihr werdet merken, dass sie euch halten werden und ihr beruhigt mit einem kleinen Schrecken weiterfahren könnt. Schnell oder langsam. Mein Tipp ist, nasse Wurzeln sind wie heiße Herdplatten. Je schneller die Berührung ist, desto weniger könnt ihr euch verbrennen. Das heißt, schnelles Überfahren der Wurzel heißt weniger Rutschgefahr. Wenn euch meine Fahrtechnik-Videos gefallen, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch etwas wissen wollt, dann könnt ihr gerne kommentieren, was wir als nächstes machen sollen. Außerdem habe ich auf meiner Seite www.nakidai.com eine Rubrik mit Fahrtechnik-Training, die vielen von euch weiterhelfen könnte. Ja, ihr Lieben, das war es auch wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns hoffentlich mal bald auf einem Trail oder einem Bikepark oder beim Einkaufen oder sonst irgendwo. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Nakidai. Tschüss. Schönen Tag. Übrigens, ich habe das Ei danach gegessen. Nicht so geil, aber okay. Gibt Schlimmeres.